Was verändert sich an Engadin? Natürlich hat es ein bisschen verändert, besonders wo ich live, in Engadin. Die Leute kennen mich, sie starten mit mir zu sprechen und sind sehr glücklich mit dem, was ich geschafft habe. Das hat natürlich verändert. Und auch auf der Sponsor, ich habe einen neuen Sponsor. Das ist auch meine Region, die Engadin Schkuel. Ich bin sehr glücklich, dass sie mich für die nächsten vier Jahre unterstützen. Es hat viel verändert. Aber jetzt wird das nicht mehr funktionieren, weil die Saison starten. Ich werde das nicht in der Sponsor. Jetzt geht es darum, dass ich es wieder zurückkehren und meine Besten in den nächsten Sponsor. Es war wirklich gut. Ich hatte viele Sachen, viele Events zu machen. Aber ich hatte eine sehr gute Präparation. Ich fühle mich physisch ein bisschen stärker als das letzte Jahr. Wir hatten viele gute Tage im Schnee, weil die Konditionen sehr gut waren. Ich freue mich, dass ich wieder zu spielen. Und wieder zu spielen. Wie ist es für dich? Wie ist es für dich? Ja natürlich, alle sprechen über die Weltkampionsschule. Das ist das wichtigste Event für die Medien. Aber ich bin persönlich ein großer Fan der Allgemeine der Weltkamp-Globe. Ich habe letzte Jahr 5. und 2 Jahre später. Ich möchte wirklich einen Schritt vorgehen und in die Top-3. Vielleicht sogar noch mehr. Das ist ein großes Ziel. Wie ist es für dich? Ich bin eigentlich ein Allrounder. Ich mag es überall. Wenn es hart-packt, Schnee oder Icy oder viele Leute ist, dann bin ich da. Ich bin da nicht. Wenn es ein Moskau-Schlalom mit tausende Menschen ist. Oder wenn es ein Karetsa-Giand-Schlalom mit viel speed. Ich mag es überall. Ich mag es überall. Ich mag es überall.